Ja, hallo, Freizeit-Guru, das ist Krefeld, deine Heimatstadt, und das haben wir da beobachtet. Hey, wir sind in Krefeld hier, kennt ihr das? Guck mal, da hinten ist der Kaiser Wilhelm, ne? Der hat da einen tollen Palastschuppen hintergelassen, Kunstpalast, und wenn du jetzt mal auf Klo musst, dann geht das in Krefeld so, zugemacht, hallo, hallo, guck mal, zugemacht hier, einfach Platten drauf, plattgemacht, Plattenbau, das ist echt Kacken hier in Krefeld. Wir wollten eigentlich ein Klo-Video machen und euch mal ein Krefelder öffentliches Klo zeigen, liebe Leute, vor allen Dingen hier in Berlin, lieber Freizeit-Guru, so sehen die Klos aus, seit du nicht mehr hier wohnst, und was soll man jetzt machen, das ist doch scheiße sowas. Hier, scheiße, das wird die Zukunft von Berlin, in Krefeld ist das schon aus-experimentiert, das gehe ich nochmal zurück, dann könnt ihr das richtig sehen, jetzt müsst ihr euch das angucken, früher gab es hier also so einen Aufgang, siehst du, kannst du sehen das Geländer, ne? Kannst du das auch gut sehen da, ne? Und jetzt musst du mal ganz schnell strüllen, aber das geht nicht mehr hier, haben sie einfach Platten, Platte drauf gemacht, Platte. Nicht mehr dafür die Leute sorgt, dass die einfach mal zum Klo gehen können. Ja, das geht nicht mehr.